Magnolia ist ein Verbund engagierter und dynamischer Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben beim Besuchertag 120 Hamburger Unternehmer eingeladen. Ansonsten die regulären Treffen finden mit 30 bis 40 Unternehmern statt. Netzwerken und gegenseitiges Empfehlen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir leben das Motto, wer gibt, gewinnt. Sie geben mir ein Mandat und ich lege mich für Sie ins Zeug. Bei uns bekommen Sie die modernste Technik mit Preisgarantie und Service. Mehr Energie für Körper und Geist mit Gabriel Schmier. Ganz moderne, inhabergeführende Familienbuchhandlung mit Wohlfühl-Atmosphäre. Das sind Kirschen. Und diese Kirschen sollen Sie an meinen Dienstleistungen erinnern. Nämlich Texte wie frisches Obst. Knackig, spritzig, appetitlich. Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihre Gesundheit. Für Krankheiten müssen Sie sich Zeit nehmen. MB steht für Machen-Diode. Michael Börle, MB Unternehmensberatung Schienefeld und Hamburg. Ein sehr überzeugendes Netzwerk. Also eine überzeugende Idee und eine nette Atmosphäre. Im Grunde genommen das, was man sich wünscht. So viele Leute, die irgendwie was für das Geschäft des anderen auch tun und selbst natürlich davon profitieren. Das ist eine tolle Sache. Jeder ist willkommen, seine Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.